So, jetzt sind wir hier im Betrieb mit 3000 Binnenvölkern. Was ist der Name? Piotr Karczuk. Piotr? Piotr Karczuk. Piotr Karczuk. Piotr Karczuk. Und Sie haben angefangen in 1925. Ihr Vater? Ja. Ihr Vater. Also Sie zeigen uns Ihre B-Box. Ja, die B-Box. Die B-Box. Ja, das ist eine B-Box. Das ist die Überwinterungssituation. Ja. Vier Waben. Slow, slow. Wir benutzen spezielle Equipment, ja, das ist Viery. Das ist ja nicht nahe. Wir betrachten Sie dasnach. Das können Sie hier nur eine Länge bekommen. Das kann etwas anderes machen. Doktor sind hier bei uns das. Es ist das, dass es etwa sechs. Es sind sechs. Es sind seit Jahrze 플러. Das ist hier an der Anheilung. Fototashe. Wenn Sie das hier an verzaste? Wie funktioniert das? Warum ist das so gut? Sie haben eine solche Schleine. Diese Schleine ist schon seit Jahren. Diese Schleine ist in der Hive all the time. All year. Wenn es in der Saison wird, in der Saison gibt es mehr und mehr Schleine. Die Schleine wird ausgesucht. Diese Schleine wird ausgesucht. Die Schleine wird ausgesucht. Die Schleine wird ausgesucht. Die Schleine wird ausgesucht. Und der Boden ist geschlossen. Seht ihr das? Schaut nach dem Boden. Es ist geschlossen. Das sind die Schleine. Das ist nach dem Winter. Das ist jetzt eine Demonstration. Jetzt hat es verschimmelt. Ja. Und hier kommt eine Nachwärmung. Die Schleine wird ausgesucht. Oder ein Schleine wird ausgesucht. Aber das ist zu großartig. 40 mm ist, oder? 45 mm ist es. 45 mm ist. 45 mm? Also das ist sehr, sehr groß. Das ist eine Schleine. Das ist typisch für Hain. Ja, ja. Tu są... I teraz, dlaczego ta podkarmiaczka jest tak zbudowana? Tutaj wlewa się syrop. The sugar syrup can be poured in through the hole. Ja. Później, w czasie sezonu, jeżeli przewozimy pszczoły, pszczoły mogą, zawsze mogą tutaj wejść. Mhm. This can come in through the hole. Tak. Nawet jak jest pusta podkarmiaczka. Even if the feeder is empty. W czasie sezonu ona jest pusta. Tędy wychodzą sobie, później wejdą tam, wychodzą sobie tutaj i mogą wyjść na zewnątrz pod dach. Aha. The bees can come here in and can move out from this during the transportation. Ponieważ tu jest wszędzie nadstawka, wyjść pod dach i pod dachem mają tutaj wentylację. And they have, they make a castle here and they have the ventilation here. They have the movement. But how is he covering it with this? To jest stosowane tylko na zimę. This is only used for winter time. Aha. To jeszcze raz, bo zapytajśmy. Na zimę wygląda sytuacja tak. Once more again. I can see you. This is winter. This is winter. This is winter. This is winter. Oh. 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 Die Schrauben sind nicht so nahe zu den anderen, sodass man etwas frisches Luft von hier kann rausgehen. Ich sage dir eine Sache, man kann es sogar verbessern, wenn man es so machen kann. Ja, manchmal versuchen wir es zu machen, aber es ist nicht verändert. Aber es ist nicht verändert. Weil es trotzdem Luftwirkulierung ist, wegen der konstruktion des Schieds. Das ist alles. Das ist auszulatis. Das ist auszulatis. Läge drewno, Lipopfer. Läge 3 Wur. Das ist auszulatis. Wenn es spring kommt, dann machen wir es so. Plastik weg im Frühjahr. Das ist auszulatis. Das ist auszulatis. Ja, ja. Und diese Bisse sind müssen nach so Sieg gehen. Ja. Nach so Sieg gehen. Ja. Das sind auszulatis. Wenn du in der Winter die Folie wiederholstetst, ist sehr einfach. Das ist mein Bruder, Janus. Janus hat zwei Hände, zwei Gesichter. Eine in front and eine nach hinten. Okay, aber hier ist nur eine Honey Room, eine Melario. Warum? Eine Super. Wenn jetzt die Winter kommt, werden wir viel mehr und mehr. Aber wir haben es noch immer noch geäußert. Das ist ein sehr starkes Material. Das ist eine Wärmeplatte da. Und noch mehr Wärmeplatte. Seht ihr das? So macht man das. So macht man das. Das ist ein sehr starkes Material. Das ist der Flüte. Das ist der Flüte. Das ist der Flüte. um von diesem Ort in den Mitteln des Haves zu gehen, wenn sie zu viel außerhalb des Nests gehen. Also dieses Sheet hat natürlich... Ist das eine B-Space der Sheet, außerhalb? Nein. Aha, das hat kein B-Space, dieses Sheet, und deswegen müssen die unten das doch alle machen, damit die Biene das Sheet überwinden können. Ja, ja, das ist ein bisschen bedenkiger. Und das ist nicht zu schwezen, nicht zu schwezen die Biene. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Aha, sehr schön. Und das hier weg. Also, es ist in der Mitte Mai, in der Mitte Mai. Es ist hier in der Mitte Mai. Oh, cool. Jetzt, wir jetzt hier seit 2 Jahren, wir hier in der Mitte Mai. Wir haben hier, aber wir hier in der Mitte Mai. Ein separatisches Heet. Wie soll ich sagen? Wie soll ich das sagen? In Engels in der Mitte Mai? Oh, das ist gut. und die Anwälte und die Anwälte hier stammt wenn die Familie nicht so sehr stark ist wenn die Köln nicht so stark ist immer gleich machen und das sind dann so wie das das kann wenn das Volk nicht so stark ist nur eine Super und das ist nur eine eine Köln und es ist leichter wenn wir eine Köln nicht so stark es ist leichter zu schauen wenn man nur eine Köln aber manchmal viel Köln kommt wir können bei den Köln nicht so stark ist wenn man 500 Euro nicht so stark ist manchmal nur die Köln mit der Köln für spezielle Köln aber wie können Sie mit 3,000 Köln nehmen nur ein Köln nur ein Köln meistens meistens alles meistens alles wird rein einen bei der Köln nicht so stark ist und weiter wenn der Köln nicht so stark ist kann man hier und können Sie sehen dass man gewonnen hat zum zeigen der leute also der muster praktisch keinen honigraum wegnehmen sondern nimmt nur einzelne rähmchen raus but listen how often do you control the behalf one per about two weeks but the cell needs eight days to be made and the ninth day it is closed and the swarm is going they remove the brood all the time so the queen has a lot of work this way you have a young larva support the queen but how often do you each time you open you remove you remove they remove part of the of the combs and establish new colonies and this way some some amount of the bees and brood is removed so the bees have a possibility to 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 hold this one moment to multiply again but how many uh brood do you take off about three or four four frames from one colony you take it in at one time or or every week one 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 time sometimes in one time if the hive is the swarming mode and two frames if not yeah but our moment moment and if you put out frames do you put in this middle one this or you you make it even a smaller no 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 you put in the middle one yes yes the wax is putting to give them the bees sense to work again the bees must work all the time okay this is a bit of old style um how much honey do you uh harvest how much honey do you uh harvest about close to 100 tom yeah but this is 33 kilo per bee have for if you move four times but this is uh this is not enough 33 kilo for if you move four times they're four times they harvest the honey from the hive not moving not moving not moving not moving if you want the ice moving about three four times no also Sie wandern drei bis vier Mal und er nimmt der Hanne vier Mal den oberen Honig raus. Ja, das ist auch kein Wunder, das ist noch ein bisschen old-style. Very interesting. And then, when you took four frames, you make no longer control in this year. Probably this family, this colony will not in this year, but probably, no, 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 we are not sure, so we should control it later too, yes. He heard, was er gerade gesagt hat, selbst wenn er vier Brutwappen rausnimmt, kann er nicht sicher sein, dass das Volk nicht wieder in Schwarmtrieb kommt. Ich sag's doch die ganze Zeit, das nützt alles nichts, gell? This is a very interesting system, and some of these elements we also make, and some other elements we make a bit different. If you have time to come in the summer to see how it works, if you want to come in the summer, then maybe not, but if you want to come in the summer, I give the speech, how I do it, and then we can discuss the difference, but very interesting. Yeah, I estimate this very much. Nice to hear you. Yes, yes. Because the system is, again, worked like this. The bee colony is growing up, grow up. At certain moment, there is a lot of capped brood, a lot of capped brood, unless uncapped brood is going down, because there is no place. So he is removing all these young bees with this capped brood, and give them the chance to develop again. And this capped brood comes removed from the hive. Yeah, but listen, what he said right now. Yeah. It doesn't work all the time. No, no, no. So there is something wrong in this theory, isn't it? Why not? All the time you can check the hive and take the capped brood. There is no problem. Yeah, but anyway, they go into the swarming mode. No, no, no. If they start again to work, the swarming mode is going down. But he said, he said it is not true. Sometimes they still go. Oh, sometimes it is possible, but in general, the swarming is stopped. Yeah, but why? Because you take so much energy out of the bee hive, that they have no reason to swarm. No, no, the problem is when the bees have again a lot of young larvae, these larvae produce pheromone like a queen. Yes. They are similar. They calm down the colony. Ah. Also, that is now a method of Lipinski, and the Pole has taken it here. And so he also says, that the open brood, of course, also pheromone emit. And when you take the closed brood away, and the bees make a lot of open brood, then the swarming goes away. Yeah. But here the practitioner says, that does not always work. Yeah. Also, that is the thing. Some are the things that are the same and some are the same. Very nice. I love it. I love it. It's very interesting. Everybody has his own system. It makes it in a different way. But the main things are equal. Because the temperature of the bee hive, nutrition, little parasites, and everything. These kind of things. And the little plane is here too. Let's see here. Do you see how small the plane is? Yeah. With an airplane. So. And this is Dadant. Dadant Polish style. Polish style. This is a hole. Yeah. Which is prevent. That mice came in. They couldn't. They couldn't. They couldn't. But how big is this flugloch? The hole. How big is it? It's 8mm. 8mm. No, no. I mean the hole. The hole. The hole. The hole. All that. We learned from Thomas Selye. Maximum 15cm square. Maximum 20cm square. Maybe 20cm. No? Because it is only 7mm. 7mm and 20cm long is 14cm square. So perfect. 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 You are laughing here. It's perfect. I like it. So. Also Leute. Das ist hier. Und guck mal. Zwei Stück hat er auf einem Bock stehen. Zwei Stück. Gell. Hier hat er. Das ist natürlich jetzt nur Demonstrationsboxe. Hier am Haus. Gell. Da hat er jetzt natürlich nur Demonstrationsboxe. Aber da guck halt. Ja. Gell. Der Pole. Also. Super Sache hier. Den besuchen wir auch hier. Gell. Den besuchen wir auch. Juuu. Juuu. Juuu.